Die gemütliche Jahreszeit hat bei uns im Hochschwarzwald Einzug gehalten. Zeit, um gemeinsam am Kachelofen zusammenzusitzen, Karten zu spielen, was zu backen oder gemeinsam zu musizieren. Wir nennen es Stubbete. Wie können wir das Ganze jetzt aber auch für euch erlebbar machen? Dazu haben wir uns hier im Schwarzwald was ganz Besonderes überlegt. Und diese Pläne, die wir in der Schaffhauser Säge geschmiedet haben, haben wir gemeinsam mit Bauhaus in die Tat umgesetzt. Zusammen haben wir aus einem ganz normalen Anhänger eine mobile Stubbete gebaut. Und das Beste ist, die Schwarzwälder Stubbete kommt zu dir. Im Januar sind wir in Berlin, Hamburg, Münster, Stuttgart, Reutling und Freiburg mit 360 Grad VR-Erlebnis direkt aus dem Hochschwarzwald und vielen tollen, attraktiven Gewinnspielen.